Server aufgesetzt und das klappt irgendwie nicht so gut. Ah, okay. Gibt's wahrscheinlich auch schon YouTube-Tutorials, oder? Also wenn das wirklich ein Wunsch ist von vielen, dann kann ich das gerne mal machen, so ein Tutorial. Gab's schon viele Wünsche? Ja. Gab's da viele Wünsche davon? Leute haben das auf jeden Fall schon gefragt. Aber wie gesagt, also meiner Kenntnis nach gibt es auf jeden Fall schon auf YouTube ziemlich viele Tutorials, wie man so einen Server stellt. Ja, weiß ich auch. Also so ein paar mal in Server... Ah, du möchtest das selbst aufsetzen, oder wie? Ja. Äh, ja? Wie hast du das denn eigentlich gemacht? Also der Server gerade läuft über Hetzner, das ist einfach ein Server-Host und da haben wir einfach einen Minecraft-Server draufgespielt. Ah, okay. Wir haben Hetzner einfach nur genommen, weil das einfach... Das hat 99% Uptime, das heißt, der Server wird nie crashen. Und außerdem ist es halt so, dass Hetzner halt sehr gute Leistung hat. Was? Das heißt, hier könnten jetzt irgendwelche Leute 200.000 TNT drauf sprengen. Was? Und trotzdem würde nichts laggen oder sowas. Und auch 2 Millionen? Bei 2 Millionen würde vielleicht so für eine Millisekunde das kurz wackeln oder so. Ja. Mein Server? Wie heißt das Programm dann? Wie heißt was? Das Programm, was ihr benutzt habt. Äh, wir haben also gar kein Programm benutzt. Also wir haben Anbieter benutzt. Wie heißt der dann? Hetzner heißt der. Cool. Das wurde, glaube ich, in einer Frage schon beantwortet gehabt. Also kannst du nochmal den Namen nachgucken. Aber tatsächlich hosten wir das Ganze oder das übernimmt jemand für uns. Und zwar ein Real-Life-Kollege von mir mit dem Studier ich zusammen. Der hat eine Webseite und über die haben wir das so gesagt. Also da ist auch das Dashboard, was man in Serious Video gesehen hat, als er bei mir war. Achso, und eine Frage? Ja. Ja, muss man da auch dafür das bezahlen? Also ja, ja, ich, also man muss es monatlich dafür bezahlen. Wie teuer ist so ein Server dann? Also der Server oder allgemein? Ja, der YouTuber-Insel-Server. Wie teuer ist der im Monat? Also den ihr jetzt habt. Den, den wir jetzt haben? Wie teuer ist der im Monat bezahlt? Ja. Ja. Äh, ca. 40 Euro. Boah. Boah. Ist ja schon jede Menge Geld. Äh, ja, im Monat, das stimmt. Ja. Und weißt du auch, was ich spraue, Lukas? Auf einen PC. Nein, hab ich ja schon. Äh, auf ein Mikrofon. Hab ich auch schon. Auf, ähm, auf ne geile Kamera. Kommt schon langsam hin. Aber was, was beim PC drin ist. Okay, ähm. Grafikkarte. Richtig. Und welche? Wollte ich auch gerade sagen. Die 3060. 4060 Ti. NVIDIA. Boah, das ist sehr krass. Für 500 Euro. Das ist sehr krass. Ja, aber ich krieg ja 40 Euro pro Monat Taschengeld. Wenn ich das bisher spare, hab ich ja schon 1000 Euro. Das stimmt. Oder? Aber 1000 Euro brauchst du ja nicht mehr. Ne, oder? Hab ich falsch gerechnet. Also wenn du ein Jahr 40 Euro sparst, dann hast du insgesamt, äh, 500 ungefähr. Ja. Ach, endlich mal, dass du wieder da bist. Wieso endlich mal wieder? Warst du auch gestern drin im Vlog? Ne, aber ich wollte ja hier mal privat schreiben, aber geht ja leider. Ne, genau. Dafür ist ja der Discord da, das leute ich nicht. Also das Problem ist, ich hab zum Beispiel allein heute schon 126 Discord-Anfragen bekommen. Und ich hab heute bis 14 Uhr gearbeitet. Ich arbeite ja nebenbei noch normal in einem Tag. Ja, ich weiß. Und, äh, muss ja natürlich auch Essen machen, muss ein paar Sachen an sich so regeln. Ist ja klar. Ich war ja heute noch bei Aufnahmen dabei von ein paar YouTubern. Und, äh, dann hab ich nicht so viel Zeit, um 126 Nachrichten zu beantworten. Ja. Im Discord sind dann ja auch noch andere Leute da, die die Fragen beantworten können. Und das ist dann deutlich praktischer. Ja. Ich kann ja auch nicht für jeden mäßig die Zeit nehmen, um die zu antworten. Ich versuche es, aber es geht einfach zeitlich gar nicht. Oder könntest du mir mal eine Pontius-Anfrage mal schicken? Auf Discord schicke ich keine Pontius-Anfragen, weil... Oh, schade. Hat der eine auch schon gesagt. Ja, ja, weil du hast ja gar keinen Vorteil dadurch. Du hast mich dann als Freund, aber was bringt das so, weißt du? Denn das Einzige, was das, äh, so gesagt für einen Nachteil für mich hat, ist, dass ich rechts an der Seite viele Personen habe, die da als Freunde sind. Und wenn ich immer wirklich jemanden suche, mit dem ich, so gesagt, äh, aufnehmen möchte, schreiben möchte oder sowas, dann ist das immer so unendlich lange, bis ich die Person finde. Und deswegen, das hat ja auch gar keine Vorteile, außer, dass man Gruppen oder sowas erstellen kann auf Discord. Ja. Also, ja. Warum kam gestern ein Video oder vorgestern? Äh. Es sollte eigentlich Sonntag kommen, aber ich habe tatsächlich einfach unfassbar lange gebraucht, um das Video zu, äh... Umzuschneiden. Nein, das Umzuschneiden auch, aber das hätte ich noch geschafft. Das Problem war, äh, dass, äh, das Video in 4K aufgenommen wird, das heißt in sehr hoher Qualität. Dementsprechend ist, äh, die Datei so groß. Hm, ich weiß. Weil das Video 26 Minuten gebraucht hatte, also lang ist, hat das bei mir gedauert, äh, ungefähr so drei Stunden zum Hochladen. Dann war es aber schon 0 Uhr am Sonntag und dann habe ich mir gedacht, okay, um 0 Uhr guckt sich das eh niemand an, dann lade ich es lieber um 6 Uhr morgens hoch. Und dann habe ich es um 6 Uhr morgens hochgeladen. Das Problem war, dass Leute direkt geschrieben haben, ich hatte in dem Video Chaos Flo Haus geleakt, was eigentlich noch gar nicht so, äh, das hat er noch gar nicht gesagt. Was ist das jetzt? Das ist Chaos Flo? Chaos Flo? Kennst du Chaos Flo? Das kenne ich ja. Genau, und sein Haus, das hat er noch nicht gezeigt, aber ich habe das da drin gezeigt und dann habe ich das Video wieder runtergenommen und habe schnell sein Haus verpixelt und alles mögliche. Und im Nachhinein habe ich heute mit ihm geredet, äh, weil wir eine Aufnahme gemacht haben und da hat er mir gesagt, das wäre gar kein Problem gewesen, hätte ich das gezeigt. Also, war ein bisschen alles umsonst, aber... Mhm, ja. Und ich habe jetzt noch eine Frage. Ich auch. Frage, ja, könnt ihr Fragen stellen. Ja, fang du erstmal an. Ähm, welche Plugins benutzt ihr auf der YouTuber-Insel und so? Ähm, guckt einmal am besten dafür in den Fragen-Channel, da gibt's... Ich kann nicht einmal taggen, warte, wie heißt du, ihr habt das gehört? Äh, Lorenzo Redstone. Ich weiß hier, was die für Apps benutzen und Plugins. Ich weiß schon etwas. Er hat schon hier, Sue hat's ein bisschen geleakt gehabt. Ah, ich habe das sonst auch, warte. Ja. Äh, Plugins. Ich guck gerade einmal schnell... Na, wo ja Sue bei dir war, hat er doch hier, war ja an deinem Computer. Und hat ja seine Sachen hier versteckt gehabt. Ja. Jetzt bin ich eine kleine Fettsäure. Ja, wieso, das weiß ich doch schon. Was? Das weiß ich doch schon, er hat die verloren. Ja, durch... Ja, das wollte ich auch schon angucken heute, aber dafür hatte ich noch keine Zeit. Ach, den Joke, den du in deinem Video gemacht hast, ist die IP die richtige oder ist das nur so eine Fake-IP? Das ist die richtige. Das ist nicht die richtige. Hä? Das ist eine Fake-IP. Die habe ich extra erstellt und das ist eine... Also, das ist eine Server-Kopie von der YouTuber-Insel. Das heißt, das ist einfach ein kopierter Server, der keine Leistung hat. Das heißt, darauf könnte man nicht spielen, weil er so da laggen würde. Das habe ich einfach nur die Map darauf gezogen, damit das so aussieht, als wenn das der richtige wäre. Und die Server-IP, das ist eine ganz andere. Und auf dem Server ist einfach eine Whitelist und auf der Whitelist habe ich dann einfach die Nachricht gelegt. Ja, das weiß ich ja. Da fügst du den Minecraft-Namen hinzu und dann können die andere produzieren. Aber deswegen sieht man auch zum Beispiel, dass da keine Spieler die ganze Zeit drauf sind, weil das gar kein richtiger Server ist. Ja, ich... Ich habe gedacht, das wäre ein... Ja, ich habe auch schon gedacht, das wäre ein echter Server. Aber hast du uns echt geforscht? Ja, ja. Ich bin schon drauf reingefallen, muss ich ehrlich mal sagen. Ja, sind natürlich wieder drauf eingefallen. Ja, ich habe es schon mal eingegeben, aber da steht ein netter Versuch. Erst liken und abonnieren. Ja, halt... Habe ich sogar gemacht. Auf Ehre. Das ist viel von dir. Ja. Ja. Ich unterstütze gerne Leute, trotzdem, wenn sie auch mal ein Arschen. Das war ja... Manche haben mir auch leid getan, weil die gemeint haben, dass sie direkt Minecraft gekauft haben. Deswegen da war ich ein bisschen so... Minecraft kostet ja 30, 40 Euro. Ja, ja, aber dann hätten wir vielleicht das Video ein, zwei Minuten länger gucken sollen und dann hätte ich es wahrscheinlich auch gesehen. Ich habe es ja direkt danach aufgelöst. Ja, am Ende hast du es so aufgelöst. Ja, genau. Ja. Ach. Und wie geht's dir? So weit? Ich gehe gleich essen und auch klein. Essen? Kriege ich auch was? Was möchtest du denn zu essen haben? Na, was du kochst. Oder wer auch immer kocht. Ich muss ja auch überlegen, was ich mir koche. Ich glaube, ich koche mir gar nichts, sondern mache mir. So einen leckeren Shake. Oh, dann gib mir auch gerne einen. Joghurt. Ich nehme gerne einen. Katnussbutter. Hoffentlich bist du dagegen nicht allergisch. Ach, nö. Ich bin nichts allergisch. Also passt's. So, wen sollte ich jetzt noch einmal kennen? Hallo. Lorenzo Redstone. Lorenzo Redstone. Ich habe dich einmal an dem Channel getaggt. Und dann kannst du direkt sehen, da habe ich nämlich einmal so einen Screenshot von allen Plugins reingeschickt. Ach ja? Ah, okay. Äh, wo? Hey, bitte. Video Ideen, Bots, Fragen, Chat. Äh, achso, da unten. Jetzt siehst du. Hast du es einmal gesehen? Ja, Plugins YouTuber. Ja. Genau. Weil damals war ja, dass sie nur eine Stunde zocken könnten. Das ist ein selbstgeschriebenes Plugin. Äh, das wir angepasst haben von einem bis der existierenden. Schatzsuche ist für die Schatzsuche. Ich habe mal eine Frage. Ja, Frage. Könntest du mir, könntest du mir das Plugin, also, was du selber geschrieben hast, ist ja nicht böse jetzt gemeint. Ja, auch mal schicken, dass die hier meine Leute auch eine Stunde durch die Zeit haben. Hm, das müssen wir tatsächlich noch aufbereiten. Also, der Plan ist tatsächlich, also, ich weiß nicht, Tobi, der zum Beispiel gerade im Chill, in der Chill-Lounge ist. Äh, war da? Äh. Also, Tobite heißt er da. Ach, so, ja, mit denen habe ich ja geschrieben. Ah, okay, ja. Mit dem, äh, mit dem, der hat zum Beispiel das Plugin geschrieben für, ähm, für die Schatzsuche. Ah. Äh, und, äh, der ist gerade dabei, diese Plugins aufzubereiten, sodass man die veröffentlichen könnte. Ach, ja, cool. Aber wann kommt das Plugin? Mit einer Stunde? Ungefähr? Die beiden, genau, die beiden. Keine Ahnung, da wird dann irgendwas hier angesetzt und dann kann das veröffentlicht werden. Ach so. Ich komme gerne mal zu dir vorbei. Können wir uns auch mal treffen. Besuchen, oder was? Ja. Aber da müssen wir auch mehr Süßigkeiten als Tew vorbeibringen, weil Tews Süßigkeiten war nach 10 Minuten weg. Ach, brr, kommt drauf an, wo du allergisch bist, wo nicht, was du gerne isst. Ich bin auf Schokolade und Süße ist allergisch. Oh, 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 okay. Ach, das, da finde ich schnell. Ich hätte schon eins. Haribo macht den noch froh und erwachsen ebenso. Was? Das ist doch auch süß, oder nicht? Na, nicht so ganz Süßes. Nur etwas. Das sind süßere und süßere als Gummibärchen. Ja. Gibt's ja nicht viel mehr Süßes, oder? Nö. No. So, ich guck dann aber noch einmal schnell durch die anderen Channel durch und dann geh ich wahrscheinlich... Ja, ich folg dir gerne. Ich auch. Kannst uns runter, wir kommen alle gerne hinterher. Nein, ich geh jetzt einmal durch und dann geh ich was essen, wie gesagt. Kannst du aber gleich noch einmal kurz zu uns kommen? Äh. Nur kurz. Was geht's denn? Kannst du das jetzt einmal sagen? Nein, nee. Ich würde das noch hier spannend machen. Wie spannend? Ja, ja, dass du da erstmal wieder hochkommst zu uns. Äh, ich geh als letztes in die Chill-Lounge. Da könnt ihr vielleicht reingehen. Da komm ich nochmal rein. Okay. Ja. Ja, okay, dann... Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Äh, Lorenz? Guten Abend. Ja, ist so. Ja, weil mal ein ganzer Talk rein. Hallo? Ja, ganzer Talk drin. Ja, ich komm der Admin. Was? Am Ende wirklich. Ja, Lukas. Öffne ich mich nochmal Admin. Was? Danke. Wenn die jetzt einfach... Ey, Finsky. Ey, Finsky. Ach, Finsky ist auch hier. Ja. Hattest du... Cuttest du deine Videos selber oder lässt du sie cutten? Oh. Oh, Montag hatte ich sie tatsächlich selber, weil... Ich könnte sie cutten lassen, aber Montag hatte ich sie selber, weil das muss ein bisschen schneller gehen. Cutt mich dabei, bringe ich sonst nicht. Wie mit Cuttest du deine Videos, Finsky? Mit Prima Pro. Oh. Kostet das Geld? Digga, Finsky. Kostet das Geld? Ja, das kostet Geld. Woher hast du das Geld? Ja, er hat's YouTube. Er kann zaubern. Er kann zaubern. Er kann zaubern. Ey, Finsky, kannst du mir Cutten beibringen? Ich kann's nicht. Ich bin zu dumm dafür. Digga, ich kann das selber nicht. Oh Gott. Ey, was kannst du das doch, hä? Wie kannst du das nicht? Ich kann ein paar Videos cutten, aber ich kann jetzt... Ich kann jetzt hier nicht sowas Professionelles. Ja, ne, ich will eigentlich nur ein bisschen wie man Videos cutten kann. Ich brauche auch nichts Professionelles. Was benutzt du überhaupt? Was benutzt du? Was benutzt du? Gerade nix, deswegen ja. Ich weiß nicht mehr, was ich überhaupt besorgt habe. Also empfehlen könnte ich dir, wenn du was Kostenloses hast, dann... Ich benutze Da Vinci. Oh, Da Vinci ist das Beste. Das ist auch sehr gut. Ja. Aber kostet, wenn man auch Brille kaufen möchte, auch. Ja. Safe. Wer ist jetzt hier reingezäunt? Ich hab dir geschrieben. Keine Ahnung. Hier kommt man alles durcheinander. Ist doch, Digga. Jeder schreit ja um. Ja. Ja, Finsky ist einfach Kronenfolger geworden. Ja. Aber ich wusste ja nicht, dass Finsky hier ist. Ich war ja hier unten, hier bei, hier, äh, Trios. Bei Lukas. Finsky, neben Alphastein außen, Alter. Der ist bei so einem neuen Projekt. Ich fühl's ja gar nicht. Alphaclan. Alphaclan. In meinem Projekt. Hier weg. Alphastein tut die Ohren auseinander an dem, Digga. Von anderen. Alphastein ist Schmutz. Der schreit einmal rum, der Alphastein, ne, Digga. Dann ist der Ohren kaputt. Ja. Aber Ente ist schlimmer. Ente ist schlimmer. Ja. Ja, aber... Ja, aber das Ding ist halt, okay, vielleicht schreit Ente so viel wie, äh, Alphastein. Aber können wir mal drüber reden, dass man bei Alphastein kein einziges Wort versteht? Ja. Ja, das ist auch wieder rum. Ich sag mal Alphastschiefer. Das ist auch was. Ja. Man versteht doch nicht. Ne, ich verstehe ja kein einziges Wort. Na. Ich verstehe alles. Da sind wir schon zwei. Ja, ich verstehe auch nicht. Ah, Finsky, kannst du mir zeigen, wie das hier ist? Ich könnte es dir auch beibringen, Fabian. Ja. Ja, ich kann es halt nur bei Prima Pro sehr gut. Äh, Fabian? Ja? Ich könnte es dir auch noch beibringen. Ich cutte ja auch. Echt? Ja, ich mache auch YouTube-Bietes. Ich bezahle dich ja einfach dafür, dass du meine YouTube-Bietes kattest. Zehn Euro pro Stunde. Zehn Euro pro Tag. Ja, okay, das kann ich mir nicht leisten. Ja, pro Stunde? Alter, das wäre ja schon, ja, zwei, drei Tausend Euro. Jetzt kriegt ihr ein Wunder mehr, ganz sicher in einem Jahr. Ja. Finsky ist einfach der krasseste geworden, Junge. Ja. Ich war ja beim Admin-Funsten, als bei Lukas hier. Hab mit ihm geredet. Ey, das ist der ja der Wunder. Ey, habt ihr alles Apo bei Finsky und Finsky da gelassen? Es war einmal so witzig, Bro, als Candy gebannt wurde. Ach, Candy wurde gebannt? Ey, Jungs, habt ihr alle Apo bei Finsky da gelassen? Ja, aber ich. Wichtig. Finsky 1. Finsky 1. Jetzt muss ich kurz gucken, Finsky. Ähm, Finsky. Ich war ja vorhin beim Admin, hab mit ihm geredet, mit Lorenz. Und dann hier, wo Lorenz hier hoch war, hier komm ich auch rein. Da wusste ich ja nicht, dass du da bist. Dann hab ich's ja hier gemerkt im Köpfchen. Ey, Finsky, lass mal so über Privatchannel reden. Wie? Ähm, nee, also, momentan, ich hab jetzt immer Bock rein, weil ich hab momentan gar nichts zu tun, ich bin mit allem fertig. Deswegen bin ich hier mal kurz reingegangen. Mit uns allen zu reden, oder kurz? Finsky, kannst du mir helfen, entbann zu werden auf Polkberg NC? Bruder, das ist schwierig. Ich glaub, da kommt man... Oh mein Gott, ist das der echte Finsky? Ja, ist es. Oh mein Gott, das ist der echte Finsky. Lukas, was geht? Was geht Finsky? Wie Lukas so auf einen macht, das war ja nicht der echte Wer. Jo, so viele Leute. Ja. Was ist das? Finsky, Finsky einfach der Traumfolger. Äh, Lukas? Ja? Willst du wen grüßen aus meinem Video? Aus deinem Video? Ja. Äh, ich grüße Finsky. Nettman ist hier, äh, Nettman. Äh, Nettman. Nettman, was will der hier? Nettman ist hier. Nettman. Äh, Lorenz. Hi. Wen möchtest du grüßen? Lukas und Finsky. Okay, jetzt machen wir weiter mit Finsky. Bin ich grüßen? Du hast ja niemand ein Video auf, oder was? Ja. Nein, ich nehm kein Video. Aber ich, huhu. Das ist ja sehr spontan, oder nicht? Ja, der letzte hier, der hier im Colt ist. Also, der unterste. Immer bin ich der letzte, mein Name. Fabian, wen willst du grüßen? Finsky und Lukas. Ey, Lukas, du musst... Du warst ja in Candy-Stream da, ne? Ich bin gleich da. Okay. Äh, ja, aber ich war da. Candy-Stream. Letztes Wochenende. Ey, das war zu geil. Candy sagte sogar noch, wenn der Abt in die Nähe kommt, ich lock mich so schnell aus, ne? Auf einmal, in dem Moment, du kommst, und er lockt sich instant aus. Ach ja? Ja. Was hat das heißt? Was hat er gesagt? Candy getan. Was hat er gesagt? Candy getan. Ich bin ja ohne gewandt. Haha. Also, wenn du gesagt hast, dass Candy-X-Ray hat, deswegen... Oh, der Arme. Ja. Ja, Klaura hatte auch. Oh, ja. Ähm, Lukas? Ja? Da musst du so ein Plugin installieren. Gibt's sogar welche? Digga, mal. Hier, dass man keine X-Ray nutzen kann. Ja, tschuldige. Ja, lass doch noch ein Spin-Shot machen. Findest du, hast du schon die Schatzung rausprobiert? Ich hab das schon ausprobiert, ich find das nicht. Lukas? Ja, ich kann so auch solche Autos installieren, weißt du, wie RP. Also, wie die 2 1, die ich höre, das ist ein Mini-Klass. Ja, das ist tatsächlich nicht vorgesehen. Also, ich kann mäßig alles draufklatschen, aber ich mach nur das, was du gesagt hast, die Mehrheit entscheidet, deswegen... Achso, ja, dann kannst du ja mal auch schon, wenn du möchtest. Also, beim letzten Rätsel bin ich ganz nah dran. Ja? Okay, wie seid ihr so alle so ungefähr dabei, beim letzten Rätsel? Och, ich bin schon fast am Ende. Wie, fast am Ende? Nach mir fehlt noch ein kleiner Schritt, dann bin ich fertig. Wo bist du denn, sag mal so. Ich kann dann so heiß oder geil sagen. Nee, ich verrate nix. Du verratest nix? Nee, das frisst nur meine Zuschauer. Ich weiß nur, dass... Ich hab auch nicht angefangen. Ich hab gehört, Alfon ist sehr, sehr nah dran. Also, ich hab auch nicht angefangen. Wer ist nah dran? Nee, Lukas, ich hab auch ein Video für mich dann geguckt, also. Ich hab nur deinen Discord-Chair, bin ich jetzt reingetäunt. Ja, hier ist euch von vielen schon gehört, dass sie direkt bei dem Discord hier erstmal drauf... Wie viel... Ich wollte dann gucken, ob du da jetzt drin bist, ne Karateger. Wie viel... Äh, Alpharsteinchen ist hier. Ah, ja. Alpharsteinchen. Ist das der echte? Nein. Nein, das ist nicht der echte. Ach, schade. Er ist steuniger als jeder steun. Äh. Popo, gaga. Er hat sich in der Hose gemacht, heute. Von Nike, beim Xen Video. Äh. Äh, Lukas. Ist das der fake? Ist das der fake? Ja, ist er. Äh, fake, fake, fake. Ach, ja. Ich dachte schon, der, ja. Äh, Lukas. Äh, aber der kann auch nicht. Äh. Ist heute keiner mehr da, oder was? Oder warum ist ja alles hier zu ruhig? Ich glaube, weil Lukas hier ist. Ey, der Kartenhüter, musst du diesen XMAX, der kann anscheinend nicht gut. Ja, Lukas ist da, wir wollen nämlich alle auf die YouTube-Insel, deswegen müssen wir alle ganz brav sein. Und Bewerbung machen. Die Bewerbung, alle weiß für den Discord stecken. Ich hab den Link reingeschickt. Ja, du musst ja einfach abwarten. Hä, wo, wo ist der Link? Äh, in Bewerbung hier auf dem Discord. Äh, warte. Bewerbung. Kann man sich bewerben? Ja, er hat jetzt einen Inselbewerbungs-Channel aufgemacht und er hat gesagt, dass er am 20. Also, ich glaube, das ist diese Woche Freitag oder Samstag, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, Samstag. Samstag ist das. Da guckt er sich die Bewerbung live wahrscheinlich an. Samstag. Äh, Lukas, eine Frage. Das ist krass. Lukas, eine Frage noch. Wenn man bei YouTuber-Insel 2 ist, kann man sich dann auch quasi gleich zu YouTuber-Insel 3 bewerben, falls es das gehen wird? Ja, und zu YouTuber-Insel 5 in 5 Jahren darfst du dich auch schon werden. Also keine... Wifi? Ey, Lukas! Kannst du mir Katten beibringen? Wenn's gesagt, der kann's auch nicht so gut, leider. Äh, Papian? Äh, Katten? Äh, also, ich weiß nicht, was ich da beibringen kann. Ich glaube, es ist viel Übung, probier dich aus, versuch's einfach und dann... Welches Programm benutzt du denn? Also, falls du... Da Vinci wahrscheinlich. Da Vinci hab ich da benutzt, deswegen. Äh, Premiere Pro. Ich hatte ich in einem Video gesagt, dass er das benutzt hat. Ja, Premiere Pro hab ich auch. Das ist schon ziemlich gut und ich komm damit sehr gut klar, deswegen. Äh, Lukas? Wie kostet das? Äh, ich glaub... 40 Euro im Monat oder so, weiß ich nicht. Oha, okay, ich verdiene noch kein Geld, wenn du... Äh, Fabian, ich mach's kostlos. Ich verdiene noch kein Geld mit YouTube. Hä? Ich nicht. Nein, ich... Du, da Vinci verdienst Geld. Du, kein YouTube-Partner? Äh, ich wurde abgelehnt, ja. Oh. Ja, ich hab schon mit Zio geredet und ich hab schon Kontakt mit YouTube aufgenommen. Du musst jetzt einen Monat warten, oder? Ja, das war ein Missverständnis, aber ich muss trotzdem einen Monat warten und dann geht das jetzt. Was ist da passiert? Aber ich glaub, das nächste Video, das ich hochlade, ist einmal eine detaillierte Erklärung, wie ihr euch bewerben könnt und was in der Bewerbung drin sein sollte. Aus der Prämium. Aus der Prämium. Damit wirklich jeder so eine Anleitung hat, was er alles machen soll und dass nicht alle Leute die ganze Zeit fragen. Hat das Zio. Die, die morgen in der Schule sind, habt ihr morgen schulfrei wegen dem Schnee? Ja. Ja, ich schon, ich schon. Ja. Ja, ich muss mal die Schule. Ja, ich muss mal die Fahrtagsfragen. Bei euch liegt Schnee? Er wollte nicht irgendjemand mit mir suchen und da ist sie 15 Zentimeter. Bei euch liegt Schnee? Ja. Bei uns liegt kein Schnee. Äh, Lukas? Das ist Mobbing. Äh, Lukas? Das ist kein Mobbing. Das hat das Wetter entschieden. Äh, Lukas? Kannst du mal kurz privat kurz, also nur, äh, nur ein Channel kurzer stellen? Wieso? Ich muss kurz was unter vier Augen kurz was sagen. Oh. Dafür bin ich ja gar nicht vorbereitet. Ähm, doch. Ist da. Ist nicht gut. Ich warte auf dich. Hahaha. Äh, äh. Hallo. Moin. Moin. Bruder, mit was, äh, hast du, machst du ja noch so ein kostenloses Programm? Ja, ich benutze auch da Vinci und da bin ich richtig gut. Aber ist es kostenlos oder nicht? Nein. Fremd, musst du entscheiden ob bezahlen wir es oder nicht. Ja, wie kannst du das? ein euro ein euro am tag oder na pro video was egal wo ist denn lucas das wird hierher kommen mal bitte ja dass er mal hierher kommen soll na lucas nur also daten hol ihn mal ja ich gebe dir zehn euro dann doch manche lucas bitte ihr freunde lucas ist der entmehr und von der youtube und so und das ist der aller aller ich manu bitte ich werde mich nicht gelassen du 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 die gebooster ist gerade gar nicht hier drin aber das ist dieses paul lukas das darf ich nicht sagen also das ist ein geheimnis es war basti g es war basti g es ist zu blöd es war basti g es war ein 1 gegen 1 machen version was ich muss mitmachen du kannst du mir eine frage stellen ja wie wir also fragt doch mal aber bei einem projekt macht er das wird auch voll geil die sind alle total gestresst und leute kommen auf mich zu und fragen und ich nicht ja ich finde ich finde ich finde alle nicht so geil wasser krieger schrieben schieben stress die verräter ich dachte wissen dass er auch mal ein haus ja okay gutes argument ja ich bin auch da welche version kann ich auch mitmachen kann ich auch mitmachen also welche hallo hören sie mich ich hatte auch schon gespräch mit edmund gab wird sie auch zu ihm oder nicht jungen weiß wie laut das da oben alles ist und wie war es mit lukas noch ging ich wollte ja noch mal kurz mit ihnen reden was privates aber er kommt ja hast du morgen schuls frei auch unfair ich muss auch heute morgen bis freitag in der jahr in ebay also berufsfelder erkundung weiß wie auf ich bock habe ich habe am freitag frei wegen zeugungskonferenz ach komm darf ich zu dir ich komme gar nicht zu dir weißt ja möchtest du wen grüßen auf meinem video mit sein grüßen auf meinem video ja kann kein deutsch mehr wirklich ich mag es nicht so naja ich bin gleich wird ich bin erst mal raus wollte ist dann mal dann viel spaß noch ja danke ich geh noch mal unter den also unter mir also unter ich verlasse ihr jetzt auch in schatten geh rüber ja bis gleich wir bis dann hallo ja ich hatte oben auch das war zu laut ja die machen blablabla 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 man kann nicht einmal reden und dass man direkt unterbrochen wird von irgendeinem kind wie komm ich auf die youtuber in film ja auf jeden fall ich wollte ja mit lukas auch ein kurzes geschehen ich wollte auch mit lukas hier in call aber er kommt noch nicht er sagt entgeglich dass er nicht vorbereitet wer ja guter ausrede ich wollte nur von ihm wissen wie man fucking wie man fucking billig und nicht mit 40 euro im monat ja ja ich kann doch für dich katten für 0 euro ja war doch nur ein kleiner spaß ich habe doch ein kater in die 50 euro pro monat geben muss also musst du mir nur die video dabei schicken da kommt drauf an wie groß die ist also spielt ja auch keine rolle aber hauptsache das kenne ich konnte auch nicht auf meinen eigenen server da steht die ganze verbindung abgebrochen ja ich weiß naja ich bin erstmal raus ich probiere den admin weiter zu erreichen ich probiere weiter mit den abends zu hier irgendwie zu erreichen du willst ja anscheinend unser körper werden oder so oder halbte ja na erstmal finde ich fabio oder wichtig auch wir machen wir machen ich und mein kollege machen einen kanal zusammen deswegen könntest du könntest du oder nicht einfach wie heißt das ähm ähm wer ist das na da ist noch rausgegangen ok und wieder da da kann ich machen ich schicke dir eine app ok der schicke ich auch einer sagt doch gleich dass ich für mich weißt du was man machen kann wenn man nicht auf seinen server kommt was ich dann machen kann ja neu starten wie auf soll man den neu starten oder hast du schon gemacht ja hab ich schon deswegen ach kommt drauf an welchen anbieter du benutzt was also ja gut ja die haben immer server probleme die haben zurzeit server probleme nur ich nicht ich komm doch auch nicht auf meinen eigenen server drauf und mein kumpel auch nicht komm auf jeden server drauf aber nicht auf meinen er hat er hat er hat er hat er hat er hat server probleme zurzeit abgesehen davon dass ich nicht rauskomme nein also jetzt kommt jeder drauf nur ich du wie kann ich dich nennen spieler gamer ja so kannst du mich nennen spieler gamer ja ok digga dann lass irgendeinen anderen server bitte nehmen weil ich komm da nicht raus ja ja lass einen eigenen neuen machen ok ja ich wollte mir auch schon ich habe auch schon überlegt ob ich mir einen mieter aber ja kostet schon genug geld wenn ich 100 leute haben möchte ja wenn ich das kostet nur 4 euro pro monat ich nehme diesen kostenlosen her ja ich auch aber ich kenne noch einen anbieter wo du es kostenlos bekommst ja ich kenne mich halt mit atonus gut aus deswegen nehm ich also atonus bruder man geht eine sekunde nach unten also scrollt nach unten schon die nächste nachricht im chat danke für nichts ja naja habt ihr meine freundschaftsantrag angenommen jo ich ja ja ich sehe es ja wenn ich auf euch rechtsklip drücke die nummer schicke ich dir noch ja ok warte ich schreibe erstmal euch an das ich euch um naja ich bin erstmal heute raus aber ich schicke euch die nummer dann ja wen soll ich die nummer schicken mir schicke ihm das am besten Fabi Fabian ok wie soll ich den einen anderen nennen also der xd xd was ist das für ne komische nama na aber man kann es leicht aussprechen als xd 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 man sagt einfach nur zahlbuchstaben ja und ist doch fast das gleiche hallo hey bro das freut mich yes wir waren vorhin wir waren vorhin zu dritt in diesem Kolder wo jetzt wie viele sind da drin 25 leute sind da jetzt drin wir waren da vorhin zu dritt drin ja ich höre auf einmal zwei youtuber sind dran und dann jeder wieder rein lang ja Finski es kommt rein und Lukas der echte Aten ja Finski kommt zu uns ja 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 Junge ey mein Video wird schon 14 Minuten lang was für ein Video machst du? na wie ich mit den Admin gesprochen habe aha ja ich war ja mit Lorenz drin und dann kam der Admin rein wenn wenn man jetzt ein wie heißt das wenn man jetzt ein Video aufnimmt mit OBS wo wird das gespeichert? na auf dein Windows dann also auf dein du gehst auf Explorer mhm dann auf Videos dann wird es dran angezeigt gleich oder bei Aufzeichnung achso ja ok wenn du direkt über Windows machst ohne OBS falls dein OBS nicht geht dann wird es in der Aufzeichnung gleich wie macht man das direkt ohne OBS was? ich mach mit Medaille immer ja gut aber Medaille ist eher eine schwierige Sache weil äh ja ja da geht das was 2 Minuten maximal nö ich hab ne Aufnahme von über 50 echt? ich hab 3 Stunden ich hab gestern ich hab gestern alles aufgenommen was wir gemacht haben aber nur weil ich den Clip haben wollte falls irgendwo gebannt werde damit ich hinsband werde naja ich bin erstmal raus ich schick euch dann die Nummer ja ich schick ihnen die bis dann bis dann tschüss so Fabian tschüss so Freunde das war's jetzt mit diesem Video lasst ein Like und ein Abo da tschüss so ich habe das gemacht ich habe es die die Vielen Dank.